Hallo und Willkommen zu meinem Let's Play Coast Recon AW2. Ich glaube immer ab ins Spiel. Wir werden den Kampf provoziert und enorme Verluste hinnehmen müssen. Sobald sie besiegt sind, wird Juarez endgültig von den Imperialisten befreit sein. Wir werden die ausländischen Fabriken verstaatlichen und dem Volk seine Freiheit zurückgeben. Mitchell, wir sind im Begriff wertvolle Infos über die Rebellen zu erhalten, aber die Journalistin will sich nur in der Stierkampf-Arena mit uns treffen. Sie wird nicht lange warten. Sie müssen hin, Captain. Schnell! Bin schon unterwegs. So, ich habe die übliche Auswahl getroffen. Wir starten ins Spiel rein. Gehe in Position. Ich muss jetzt selbst auch mal gucken, was wir hier eigentlich... Ich habe das Gefühl, dass das hier ein fröhliches Karnigelschießen war. Ja, hier zum Beispiel... Geht ja nicht so fast von dem Tisch und rum. Ich weiß nicht, wie diese Ruhe liegt nicht alleine. Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier ein fröhliches Karnigelschießen sind. Ich habe das Gefühl, dass das die Beine in der Stadt steht. Was geht denn nur hier rein? Verdammt guter Schuss! Wir haben noch einen hier auch in den Land. Ich habe gerade noch einen gesehen bei diesen Rudeys. Da ist der Endschwecher. Aha. Da unten haben wir sich gesteckt. Da steht unter Feuer. Ich habe doch alle abgeschüttet. Meine Männer gehören Ihnen. Geben Sie auf Sie 8, Kapitan. Jetzt müssen wir die verbläteten loyalen Soldaten aber noch nicht steuern. Das hätte aber nicht genug zu tun in dem Spiel. Obwohl, auf der Hunde sind die. Oh, da war einer. Was muss ich lernen? Durch solche Vögel hier. Gut gemacht, Kapitän. Ja, Treffer. Ihr Ziel ist getroffen, Kapitän. Noch einer da mit mir spielen will. Okay, kein Problem. So, schön. Noch mehr die sich hier anstecken. Die hat sich gerade mit dem Kopf rausstecken qualifiziert. So. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die hocken auch auf die Dächer hier rum. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen will. Aus mit was ich machen kann. Erst mal speichern. Gut gemacht, Kapitän. Ach, shit. Na, komm doch mal her, Arsch. Ob ich mich verblätten kann. Oh, shit. Oh, verdammt. Oh, warte mal. Die haben mich jetzt gerade so eben abgeknallt. Ich bin froh und muss MG stehen. Ah, stehe ich und seid nicht schon hier. Und da hab ich den letzten Schuss gegeben. Oh, sorry Leute. Ich hab jetzt ein bisschen in Wüsten. So... Gib mir, woher seid, der wusslose Brut. Das ist ja mal ein Passesack, Knall. Komm bitte! Seid genauso dämlich, wie die Idioten, die rumlatschen. Sir? Na, kommt hierher. Verstanden. Verstanden in Bewegung. Wo ist denn dieses komische Team? Ich denke, wir haben hier ein Team von denen gekriegt. Wo ist denn das hin? Ach, ich das hasse, wenn jetzt immer die Waffe weggeht. Ach, da hinten haben sie was entdeckt, die Jungs. Gut gemacht, Captain. In Position und bereit. Abschuss bestätigt. Captain. Schießt, ich bin. Ziel erledigt. Gut. Gut. Rinal, der Fein unterhält drei Luftabwehrstellungen in dem Gebiet. Was schlagen Sie vor? Wir können den VIP nicht ausfliegen, solange die Luftabwehr intakt ist. Mitchell, diese Stellungen müssen ausgeschaltet werden. Und zwar sofort! Wann bin ich schließen? Was ist denn nun? Ja, Sir? Bitte melden, Sir. Ziel erwischt. Wann bin ich schließen? Was ist denn nun? Falscher Zeit, falscher Ort. Wann ich sagen, Alter. Ich habe irgendwann noch mehr. Einmal durch die Akel hier. Wir sind in der Stellung, Jungs. Ich muss jetzt mal was Größenes nehmen. Ja, toll. Genau, machen wir noch ein bisschen Munition. Hätten wir ja auch Feuer machen können. Oh, der ist getroffen. Ja, getroffen. Ihr Ziel ist getroffen, Captain. Ja, mehr. Für den Frieden. Ich spreche, ich muss jetzt mal die Akel schreien. Ich spreche, ich muss jetzt mal die Akel schreien. Sir? 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 Ich lege meine Akel schon rein. Erstanden. In Bewegung, Sir? Sir? Ich höre auch, ich bin hier rumschreien. Was, das war die ganze Bewachung. Ich bin da. Einen Maschinengewehr. Na gut. Da hat man ja nicht auch noch verdient. Das war jetzt, dass wir echt die Karriere hochknallen. In Position und bereit. Kommt gleich. So. Gute Arbeit, Captain. Weiter zum nächsten Ziel. Guck mal hier. Ich habe nicht mal gemerkt, dass die Krimsrechtsverdienung gefallen ist. Drei Entziete. So, warte mal. Versteckt, dass da eine Liste sind. Da hinten ist noch eine. Damit müssen wir uns erst mal holen. Guck mal, komm mal hierher. In Position. Oder nähe. Guck mal. Ach, scheiße, es legt doch zur Schinderachse. Auf, steh auf. Steh doch auf. Oh, scheiße. Ja, Americano. Genau. Schießbar, Americano. Noch einer von der Schuhe, die ist hier. Siehe keinen mehr, Captain. Oh, doch, die doch keinen mehr. Captain? Bitte melden, Sir. Ja, da sind wir ganz andere. Gehe in Position. So. Ziel getroffen. Aber es ist hier. Ich bin da. Da hat mich doch gerade einer geflasstert. Jetzt zeigt das hinter mir unten. Nee, Gott schön. Was ist denn da hier? Da sieht doch gar nichts. Was sieht denn der? Wo sieht denn der was? Da stehen wohl hier ein paar Räulepunkte bei dem auf dem Ding hier. Nicht mit Metall. Ähm, 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 ähm. Ich habe kein Kühlschrank. Ich habe da hier rufen. Oh. Oh, das ist Captain. Oh, ich bin da schon cool. Das ist gut gemacht, Captain. Da ist noch einer. Noch einer hier? Sir? 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 Sir?